Was braucht es, um sich in der Oberstufe oder nach dem Abitur für den richtigen Karriereweg zu entscheiden? Praktische Erfahrung ist ein Rezept. Ausprobieren, was einem liegt und jahrelang das Arbeitsleben prägen könnte. Meine Position ist spitze, bietet da eine ganz besondere Einsicht in die Praxis des Arbeitslebens. Das Format gibt jungen Leuten die Chance, einen Tag den Arbeitsalltag einer Führungskraft kennenzulernen. Wir versuchen auch da die Jugendlichen zu motivieren, in der chemischen Industrie sich zu bewerben, da ihre Berufe zu finden. Das heißt auch die offenen Augen zu gewinnen. Ja, da gibt es viele Berufe vom Kaufmann bis hin zur Chemie. Und deswegen freuen wir uns immer auch so Jugendliche zu motivieren, auch über die Schiene auch anderen zu zeigen. Das bieten wir, das sind wir und das können wir. Camp Cologne hatte seit Februar gemeinsam mit Unternehmen der chemischen Industrie aus der Region zur Aktion aufgerufen. Nun versammeln sich die neuen Gewinner, die Kurzzeitführungskräfte, zu einem Auftakttreffen. Auch die Stelleninhaber, die einen Tag lang ihren Chefsessel räumen, sind da. Meine Position ist spitze, ist eine gute Möglichkeit für Schüler, in Positionen mit Personalverantwortung und mit Organisationsverantwortung hineinzuschnuppern und gibt einen tollen Einblick in den Berufsalltag. Corenta stellt gleich drei Führungspositionen bereit. Matthias Schmickler wird für einen Tag Leiter der Berufsausbildung im Kemperk Dormagen. Sally Lin, Leiterin der Sonderabfallverbrennungsanlage in Leverkusen und Maren Jung, Leiterin der Werkfeuerwehr Krefeld-Uerdingen. Ich erhoffe mir eigentlich nur, den Tag einfach mal genauer kennenzulernen, was so die Aufgaben sind, was man vielleicht an schulischen Ausbildungen mitnehmen muss, wie weit man zur Schule gehen muss, was man am besten studieren sollte und wie genau das halt abläuft. Camp Cologne, die Brancheninitiative der chemischen Industrie im Rheinland, bietet diesen Schülerwettbewerb bereits zum vierten Mal. Beim Treffen im Lanxess Tower in Köln erfahren die Gewinner, was sie an ihrem Einsatztag erwarten wird. Schüler und Unternehmensvertreter lernen sich kennen, können erste Fragen stellen und die Vorfreude auf den Einsatztag noch weiter steigern. Ich glaube, wir werden ganz viele spannende Themen besprechen, diskutieren, aber auch ein paar Entscheidungen treffen. Und ich glaube, da ich da einen umfassenden Einblick in die gesamte Arbeit von der Berufsausbildung bei Corenta gewinnen werde. Meine Position ist spitze, ist ein spannendes Projekt, das diesen jungen Menschen Hilfe leisten kann, sich zu positionieren und ihren Weg im Leben zu finden. Ich glaube, wir werden ganz viele spannende Themen, die wir haben.